Ich war schon mal oben. Es ist total dunkel da. Wenn in die Sonne kommt, dann stirbt er. Wie ein Vampir. Hör auf! Spinnst du? Alle Kinder sind draußen und ich nicht. Du kannst doch auch raus, wenn die Sonne weg ist. Du weißt doch, dass du ein Astronaut bist, der von einem anderen Stern kommt. Und du warst auf der Gründungstour. Aber dein Raumschiff hatte einen Unfall. Mein Auftrag lautet, dich und deinen Copilot zu suchen und zu warnen. Denn auf unserem Planeten strahlt eine unbarmherzige Sonne. Ich hab was für dich. Deine Raumfähre. Eine echte Saturn V. Die Mondmakete! Was hast du denn immer mit deinem scheiß Bruder? Seid ihr verliebt oder was? Du bist so ein Arsch. Was ist eigentlich, wenn man tot ist? Von da oben ist die Welt winzig klein. Es ist schlimm, wenn ich glücklich bin, während Paul krank ist.